Es ist wunderschön hier am Roten Platz, wenn man die Tribünen anschaut, wo morgen natürlich vielleicht 5000 Menschen sitzen und zuschauen, wie die Musikschau abläuft und sich freuen an den wunderschönen Darbietungen. Und hier mitten auf dem Roten Platz ist es einfach wunderschön, bei luftigem Wetter natürlich und die herrlichen Bauwerke da oben rum. Es passt also alles zusammen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und dass es Ihnen hier gefällt bei uns. Vielen Dank. Alles klar.